Hallo und Willkommen hier wieder zu Pokémon und zwar war hier anscheinend eine kurze Umstellung, jetzt ist Standardformat, jetzt sind fast alle meine ganzen Decks Irgendwie nimmt es jetzt nicht Erweitert es? Ja, hier Alle sind jetzt hier ins Erweiterte gerutscht Eines habe ich jetzt noch geändert Auf Standard, ein Psycho-Deck mit Wasser und Normal Und wir werden mal schauen eigentlich, ob da überhaupt irgendwas reißen kann Es ist nämlich sehr viel passiert, ich kann nicht mehr mit dem Feuer-Degin-Standard, oder mit dem Pflanzen-Degin-Standard spielen Da muss ich alles wieder neu machen Mal schauen Okay, er spielt anscheinend Feuer mit der Deckbox und mit der Münze Ich habe den Münzenhof gewonnen und ich beginne vielleicht Habe ich dann keinen Vorteil Ach, ich habe nichts Gar nichts habe ich hier gezogen Na komm Wähl aus Okay, endlich hat es gemacht Da liegt nichts mehr Ja, ich mache Fertig drücken und zurück Da, 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 da Fertig, ja Okay, dann Oh Ich könnte natürlich auch das machen Fertig Er wird wahrscheinlich ziehen, ich meine, wer macht das nicht Ach komm Trick schon nur fertig Wirklich Wirklich Ein Minute hat er schon vertan, indem er nichts gemacht hat Ja, endlich ein Tortenator Schauen wir mal das an Okay Okay Dann holen wir uns das Okay Okay Hm Jetzt nehmen wir mal das einfach an Das legen wir runter Instant win Instant win Okay, ich sage nicht nein, aber Okay Spielen wir einfach noch eines Wenn wir welche finden Ja Wow, okay Da sind sehr viele verschiedene Achtatten da drinnen Äh, Kopf Ich habe den Minzlauf gewonnen Ja, ich beginne Ja Ist traurig, okay Ähm Ja, legen wir das da hin Dann sagen wir fertig Hops Okay, und das dann Dann machen wir das So, das holen wir uns da gleich mal Aktivieren das gleich noch mal Und holen wir uns an Trivirusa Legen das da hinunter Legen wir eine Energie da an Und sind fertig Ich habe den Leichtstein Mit einer Energie Und der sagt auch fertig Ok, wir können das vielleicht schon beenden Ok, kurz Pause ... ... ... ... ... ... Vielen Dank. 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 Jetzt kann ich das... Oh, nein, 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 noch, 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 noch nicht. Zahl. War doch klar. Ich sollte dieses Lugio eigentlich auch reingeben. Eindeutig. Was ist das? Was ist das? Ein Mewtwo X. Jetzt kauft er jetzt 60 an. Genauso viel Schaden. Da legen wir das so hin. Da machen wir auch den Drachenklau noch. Haben noch eine Energie. Die ist nicht so praktisch jetzt. Aber naja, es geht. Okay. Das Altaria X. Ohne Energie. Da. Entwickelt's da unten noch noch. Nach dem Lunala GX. Okay. Okay. Ein Zuwort. Ja, legen wir's doch hin. Dann legen wir das da ja. Ein Drachenklau ja. Was macht das? Okay. Er zieht ein paar Karten. Dann macht Zarkasmok. Noch Karten ziehen. Der New Pattern nennt er sich. Wir holen uns da ein paar Energie. Legen es. Und das da dann noch mal an. Greif mal mit Drachenklau. Hat's nur noch 10. Noch mal zieht drei Karten. Er hat gesagt, lass ihn jetzt sterben. Ja, ja, ja. Oh, er tauscht. Er hat gesagt, er lasst uns nicht sterben. Und tot. Tot. Tot, tot, tot. Was nicht machen. Ich hoffe mal, dass ich da jetzt was Gutes ziehe. Und... Ach, nichts Gutes. Dann legen wir das da her. Fluchtzeil. Schick ein Monster hier hoch. Ein Pokémon war nicht natürlich. Ja, komm. Und jetzt greife ich an mit geübter Sturzflug. Und zerstören, dass wir gleich zwei Preiskarten haben. Okay, nicht so schlecht, aber kann natürlich besser sein. Entwickelt's. Oh nein. 40 Schaden. Das ist voll heftig, diese Attacke. Was macht das? Oh. Okay. Okay. Okay, 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 okay. Du machst jetzt nur viel Schaden. Das weiß ich jetzt schon. Oh man. Oh man. Und dann recycelt das auch noch. Das ist ne gute Kombi. gelt's. Keine Energie. Dann wir gehen einfach da nochmal. Den da. Dgeben den Giftstachel. Und beenden! Aber ich glaube eigentlich sollten wir jetzt schon diese Herausforderung geschafft haben. Mit... Mit 2 psychischen Pokémon, 2 gegnerischen Kampf-Pokémon um schädlich zu machen. Kampffähig zu machen, nicht Kampf-Pokémon. Ach, psychische Pokémon einfach mal. Ich bin völlig verwirrt jetzt. Hier nochmal so ein Lunala. Ach ja, komm. Du brauchst doch eh eine Energie hier drauf. Aber du machst wahrscheinlich wieder den Savage vorher. Aber er ist vergiftet. So, hoffentlich was Gutes jetzt ziehen. Nee. Wir ziehen nur Scheiße. Ach, ist doch kack egal. Regenplatscher. Also nein, freilassen. Ich zieh da gar nichts. Ich sollte mal Succa-Karten drinnen haben. Schon ne gute Combo. Oh, tot. Achso, nein, nein, nein. Aber in der Breis-Karte kann er ja noch haben. Tja. Tja. Schön zu sehen, aber es bringt nichts. Der Neike hätte ich vorher gebraucht für das Castella. Aha. Komm. Graf an einfach hier. Ich hab ihn gut gespielt. Auch wenn ich Scheiß gespielt hab. Komm. Mach die erste. Ach ja. Musst du das jetzt wirklich machen? Kannst du nicht einfach fertig drücken? Okay. Aber das haben wir erreicht. Ja. Tägliche Herausforderung. Abgeschlossen. Mache fünf gegnerische Pokémon mit einem Pflanzen-Pokémon. Egal. Das ist leichter. Und das haben wir auch geschafft. Yay. 150 Münzen noch dazu. Mann, 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 Mann. Auch mal hier. Sammlung. Wir haben ein XY Evolution Poster-Bag bekommen. Mann, Mann, Mann.